Maha Mantra, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Erläuterungen zum Mantra 699i im Yoga Vidya Kirtan Heft. Maha Mantra ist das großartige Mantra. Es gibt eigentlich mehrere Maha Mantras, zum Beispiel Om Namah Shivaya gilt als das Maha Mantra der Shiva Tradition. Aber jetzt bei Yoga Vidya und in der Shivananda Yoga Tradition folgen wir uns ein bisschen den Vaishnavas, die eben das Hare Rama, Hare Krishna als Maha Mantra bezeichnen. Und es gibt eben auch eine Purana, die Kali-Santara-Purana oder Upanishad. Es gibt die Kali-Santara-Upanishad, die sagt, dass das Maha Mantra, das Hare Rama, Hare Krishna Mantra ist. Es gibt aber auch eine Shiva-Purana und die sagt, dass Om Namah Shivaya das Maha Mantra ist. Gut, aber wenn wir bei Yoga Vidya vom Maha Mantra sprechen, dann ist das Hare Rama, Hare Krishna Mantra gemeint. Dieses Mantra hat 16 verschiedene Wörter. Es gilt deshalb auch als das 16 Mantra, Shoda-Dashi Mantra, also das Mantra der 16 Heiten. Es ist das Mantra auch, das sich an Hare, an Rama und an Krishna wendet. Hare ist natürlich Vishnu. Hare heißt gelb. Hare heißt auch strahlend. Hare heißt auch, der die Herzen aller an sich zieht. Rama heißt derjenige, der voller Freude ist. Krishna heißt der Schwarze, der Dunkle und damit der Geheimnisvolle. Und so ist Hare Rama, Hare Krishna an der Aspekt, der alle drei Vishnu-Aspekte verbindet. Rama, Krishna und Hari. Ein Mann in der Gaudiya-Vaishnava-Tradition wird Rama auch als Geliebter von Krishna angesehen. Und manchmal wird auch Hari als Shakti bezeichnet, als Shakti von Krishna. Also es gibt unterschiedliche Interpretationen dieser drei Namen. Bei Yoga Vidya gehen wir davon aus, dass Hari Vishnu ist, Rama die siebte Inkarnation von Vishnu und Krishna die achte Inkarnation von Vishnu. Ursprünglich wird auch das Mantra tatsächlich so begonnen, dass dort Rama beginnt. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dann erst Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Und es gab im 16. Jahrhundert, gab es den Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, auch Gauranga genannt, oder einfach nur Chaitanya. Und dieser Chaitanya war ein so großer Verehrer von Krishna, er wollte unbedingt Krishna zuerst sagen. Und so hat er das Mantra umgedreht und hat aus dem klassischen Mantra Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, das Mantra gemacht, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aber die klassische Reihenfolge ist erst Rama. Rama wurde ja auch geboren vor Krishna. Und deshalb sollte Rama dazu vorgesungen werden. Aber natürlich, wenn man Rama entweder als Balarama interpretiert oder auch als Radha, oder wenn man Rama als Balarama, als Bruder von Krishna interpretiert und Hare als Radha interpretiert, dann will man natürlich zuerst Krishna wiederholen. Aber wenn man in der Yoga-Vidya-Tradition eine Einweihung bekommt, dann sollte man das auch so wiederholen, dass zuerst Hare Rama kommt. Wenn man singt, dann kann man natürlich singen, wie man es will. Und da gerade im deutschsprachigen Raum die Hare Krishna-Bewegung besonders wichtig ist und auch dieses Maha Mantra besonders singt, wird sehr häufig auch bei Yoga-Vidya das Maha Mantra so gesungen, dass erst Hare Rama, Hare Krishna gesungen wird und erst danach Hare Rama. Ja, mehr Informationen zum Maha Mantra, zum Hare Krishna Mantra auf unseren Internetseiten. Dort findest du auch viele Kirtans, also viele Gesänge des Mantras, Rezitationen und weitergehende Erläuterungen. Maha Mantra, großartiges Mantra, das besonders darauf ausgerichtet ist, Lebensfreude zu erfahren, Freude zu erfahren, sein Herz zu spüren, Liebe zu spüren, Liebe geben zu können, sich zu verbinden mit dem Göttlichen. Vielen Dank.